Mo Leute, was geht am Ende? Jetzt kommt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit meinen Rang 1 Rewards auf meinem Mail-Account auf der RTG mit Drogba und mit Pierre-Emerick Aubameyang, den ich eingekauft habe. Dazu habe ich noch ein cooles Team gebaut mit ein paar neuen SPC-Karten, die ich einfach nochmal ein bisschen spielen wollte. Unter anderem natürlich Kelly und auch Konate, den ich abgeschlossen habe. So langsam habe ich alle alten Premier League SPCs aufgeholt. Ihr wisst ja, ich mache hier immer alle SPCs, die es nicht am Markt zu kaufen gibt. Und da gab es ja gerade zur Crem echt viele teure. Oedegard, Havertz, Konate, Kelly. Also da muss man ordentlich SPC-Futter abgeben. Jetzt zum Link-On sieht es ein bisschen besser aus. Also komme ich ein bisschen besser hinterher. Jetzt haut ihr eher so ein paar mehr Icons raus. Sowas wie R9 und Abelie, die es ja auf dem Markt gibt. Die muss ich dann nicht machen. Und so kann ich ein bisschen aufholen. Ihr seht schon, ich stand 8-0, habe dann auf das Team gewechselt. Am Tag Nummer 2 praktisch, wo ich gespielt habe, wie gesagt, nur Auber geholt für so 330.000 Münzen. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal die letzten Spiele. Ich habe euch ja auch schon gesagt, es lief richtig gut. Ich habe endlich mal wieder Rang 1 geholt. Nachdem ich in der letzten Woche Rang 1 geholt habe, auf der Pack Delori. Hier habe ich jetzt 2x18 Siege geschafft. Also immer wieder knapp die 3-Picks verpasst. Also zwischen 18 und 19 ist ja gerade zum Totz nochmal ein brutaler Unterschied. Einfach wegen diesem dritten Pick. Das ist ja schon noch immer sehr, 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 sehr geil. Drogba und Cafu hatte ich wieder drin als Icons. Das sind einfach so meine Go-To-Icons. Ich habe ja bisher, und das wird sich heute ändern, ohne zu viel zu sagen, ja noch wirklich keine gute Totz-Karte gezogen. Also bis zu diesem Stand war meine teuerste Totz-Karte, die ich gezogen habe. Egal ob aus, ich glaube, über 250 Upgrade-Packs, die wir gemacht haben in den Wochen. Und natürlich den Rewards und so weiter und so fort, war immer noch Charles und Greenwood, die dann halt mal so 70k kosten, also nicht ganz Abschluss sind. Charles hatte ich sogar tatsächlich auch drin. Ich habe wieder in meiner 4-2-2-2-Taktik gespielt. Ich kann sie euch hier oben nochmal verlinken. Sie ist alt, aber es ist wieder die Taktik, die mich zu alter Stärke geführt hat. Letzte Woche war ich damit schon gut und es läuft einfach mit der wieder deutlich besser. Ja, Charles, ihr seht das hier, hat nicht so einen überragenden Schuss. Ist als LOM vielleicht, weil sie nur 81 schießen hat, gar nicht so optimal. Aber sie war super, natürlich für Flanken auf Drogba und auf Auber, um einfach generell Chancen zu kreieren. Und auch nach hinten war das insane. Also das klingt vielleicht doof, aber wenn du einen LM spielst mit so einer hohen Defensiv, mit einem hohen Defensivwert, ist das unfassbar geil, weil die läuft so smart auch immer einfach mit nach hinten, weil die hat ja so viel Defensivbewusstsein. Und es hat mir, also sie hat mir so viele Bälle gewonnen im letzten Drittel, wo ich dann einfach noch ein, zwei Pässe spiele und ich war frei vom Tor, weil mein Gegner einfach den Ball verloren hat. Und deswegen habe ich sie drin gelassen und hat mir echt gut gefallen. Die besten Karten waren tatsächlich allerdings mit Abstand Kelly und auch Drogba. Also Drogba brauche ich euch nicht erzählen. Das ist so meine Metakarte, die zocke ich während des Tots. Nach dem Tots werde ich auch nochmal wieder ein paar schlechtere, kreativere Teams bauen. Beim Tots habe ich euch ja auch gesagt, wir spielen das ganze Jahr lang eigentlich immer so ein paar, ich sage jetzt mal, Quatsch-Teams. Beim Tots zocke ich auch immer einfach das, was ich habe. Da kommen eh jede Woche immer so viele neue Karten raus. Und ehrlicherweise Drogba werde ich auch nächste Woche spielen. Der Mann ist einfach so gut. Und ja, ich habe ja auch nichts zu verschenken während der WLs. Kann man ja auch mal reinschwitzen. Also will ich auch, weil ich will natürlich auch die bestmöglichen Rewards haben. Jetzt noch zwei, drei Wochen, wenn das Tots vorbei ist, dann werde ich auch Drogba logischerweise wieder rausschmeißen. Ihr seht es gerade, habe ich ein Game verloren. Kurz vielleicht noch ein, zwei Worte zu Aubameyang. Der hat mir tatsächlich gar nicht so gut gefallen. Ich bin großer Auber-Fan gewesen dieses Jahr. Ich habe den Atommüll-Auber immer gespielt, der mit der besseren Chemie. Und den POTM-Auber, der sogar mit fünf, ich habe beide noch im Verein. Die fand ich beide, vor allem den POTM mit fünf Stern-Wigfoot richtig gut. Auber, die SBC war auch so eine meiner Favorite-SBCs, weil er war nicht so teuer, nicht so OP-nervig in dem Game, aber halt trotzdem richtig gut. Der Tots war irgendwie so ein bisschen unbewillig. Er hat zwar seine Tore gemacht, er hatte auch am Ende aus so, ja, so elf, zwölf Spiele, hat er dann auch so seine 13, 14, 15 Tore. Neben Drogba ist das nicht schlecht, absolut. Aber ich glaube, dass man ihn neben einem etwas beweglicheren Spieler spielen muss. Ich habe die ersten acht Spiele Kelly neben Drogba gespielt. Das du, hat mir besser gefallen. Ich glaube, wenn ich auch zum Beispiel Kelly neben Auber spielen würde, also oder einfach generell, wenn ihr eine Frau neben Aubermeyang spielt, glaube ich, ist das ein bisschen besser oder so ein Kräufe oder so. Also einfach jemand, der kleiner ist, agil ist, beweglicher ist. Das kann ich euch raten, falls ihr Auber vielleicht in Rot habt oder den einfach mal selber zocken wollt. Im letzten Spiel lag ich sogar auch nochmal einzeln hin. Also am Ende haben wir so ein kleines bisschen gestruggelt, nachdem ich auch Spiel Nummer 18 verloren habe. Aber Dieter Drogba hat natürlich wieder gesaved und auch Auber hat hier auch nochmal ein paar Vorlagen gemacht. Also schlecht, weil ich insgesamt war das Team richtig, richtig, richtig gut. Und auch Konaté kann ich euch noch empfehlen. Ich weiß nicht, ob der sogar tatsächlich heute abgelaufen ist oder noch irgendwie einen Tag geht. Den fand ich auch extrem gut, muss ich sagen. Und ja, das letzte Tor, beziehungsweise das vorletzte Tor konnten wir dann hier noch machen. Auch das ist wieder ein übelstes Lacktor. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass es mal wieder so gut lief. Und die WL war tatsächlich ein Stück einfacher nochmal wie die letzten. Also wir hatten diesen einen guten Gegner, den habe ich auch direkt verloren, diesen richtig guten Gegner. Der Rest war wirklich zu schaffen. Und auch das letzte Spiel, ich stehe 18-1 gewinnt, 5-1. Dann sieht man ja schon, dass viele Gegner auch wirklich... Es war ein faires Matchmaking für meine Seite. Das war es erstmal vom Team, von den einzelnen Spielern. Insgesamt gebe ich dem Team vom Kreativitätslevel wahrscheinlich eher so eine 5 von 10. Vom, ja, Skill-Level war es schon, ja, so eine 8,5 von 10. Also es hat sich schon sehr gut spielen lassen. Rewards gibt es natürlich wie immer live. Und es kracht, das sage ich euch. Rang 1 Rewards auf Main Account. Endlich mal wieder. Erste Mal Rang 1. Nachdem wir 2x18 hatten, jetzt 19 gepackt. Standhaft geblieben. Wir schauen mal. Wir haben zwar die schlechten Quoten, weil wir nicht freitags beendet haben. Aber wir brauchen auf jeden Fall Münzen für Gekontent. Das sage ich euch hier in jedem Video, wo ich meine Packs öffne. Wir brauchen einfach Coins. Das ist fast schon noch wichtiger als die Roten. Mal gucken. Bisher habe ich noch keinen von den 11 besten Roten bekommen. Heute ändert es sich, sage ich. Heute kracht es, weil wir Rang 1 haben. Heute kriegen wir zumindest mal so eine 500k Plus Karte. Erster. Auf geht's. Oh mein Gott. Vielleicht auch nicht. Ähm. Ja. Okay. Falscher Wochentag halt, wo ich es öffne. Ist halt auch klar. Selber schuld. Wenn man die Picks nicht Freitag öffnet. Wir nehmen Todibu, weil ich will Thuram haben. Selber schuld. Selber schuld. Nummer 2. Komm. Tschüss. Jonathan. Na immerhin. Immerhin. Der Mann kostet 887k. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Der Jonathan. Kanadischer R9. Ist halt wirklich schwer zu verlinken. Mit wem kann ich den verlinken? Mit Nabil Bentaleb natürlich. Okay. Aber das ist doch wirklich schon mal gut. Jetzt noch. Guck mal. Jetzt noch mal steigern ihr Spots. So Nuno Mendes meinetwegen. Dann bin ich sogar schon einigermaßen zufrieden. Dann haben wir zwar wieder die besten alle nicht. Aber das ist ja dann schon mal ein bisschen was. Na komm. Nummer 3. Kylian. Ja Mann. Let's go. Guck mal endlich mal. Oh der ist so cool. Ich habe sogar extra Todibu genommen. weil ich den wollte. Nice. Guck mal EA. Mehr brauche ich gar nicht. Mehr brauche ich gar nicht. Das ist super. Endlich mal belohnt worden hier nach so vielen Wochen. Das sind richtig gute Picks. 2x800k. Richtig geil. Und Todibu und Thuram können wir auch immer wieder miteinander zocken. Das ist halt sehr cool. Der kostet 800k. Nice. EA. Wir beide. Wir beide EA Sports. Wir beide. rein in die Tauschbaren. 50k Pack. Brasilien. IV. Marquinhos kann es nicht sein. Thiago Silva. Wir nehmen alles mit. Wir brauchen alle Goldkarten für Upgrade Packs. Und für 10x38+. Und so weiter und so fort. Ultimatives Pack. Schade. Türkei. Hakan. Müller. Weyer. Gut. Haben wir nicht viel erwartet. Und auch nicht viel bekommen. Das macht nichts. Wir hatten gerade schon bombengeile rote Picks. Komm. Schade. Costa Rica. Ja. Walkouts gibt es leider nicht. Das ist nicht so schlimm. Man braucht auch keine Walkouts. Man braucht eher Vorderkarten im Moment. So 82 bis 84 brauche ich die ganze Zeit. So. Dann haben wir. Doppel 83 plus eben. Und dann noch die guten Tauschbaren. Also ein Tots Tauschbar würde ich ja gerne noch haben. Ein paar Münzen nochmal mitnehmen. Das wäre ganz gut. Und zwar hier. Er ist Doppel 87er. Auch kein Tots. Endler. Und Oplack. Okay. Ja. 5 mal 85 plus. Oh mein Gott. Alter. Da kracht es ja komplett. Ich fand es geil, als man noch hoffen konnte, bei so einem Doppelwalk oder ob so eine Icon oder so dahinter ist. Immerhin noch 90er Kotsch war. Immerhin etwas. So. Jetzt wird es ernst. Gib mir die Moneten. Ich brauche Coins. E-Spots. Ich brauche Coins. Für. Content. Komm. Donnarumma incoming. Auwe. Ey. Das ist schon mal gut. Das sind schon mal 300k. Ja man. Nice. Das reicht schon. Ist super. Ist super. Pack den Donnarumma rein. Egal. Pack ihn rein. Scheißegal. 300k. Ja ja ja. Ist super. Völlig egal. Völlig egal. Coins. Ja 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 ja. Ist schon mehr, als ich erwartet habe. Viel mehr. Auch wenn das natürlich, wir haben jede Menge verpasst. Aber trotzdem. Es ist mehr als solide heute. Wir hatten es ja nicht die Beste gehabt. Aber das, was ich verlange, wenn man Rang 1 hat. Dass man zumindest ein bisschen was kriegt. Mehr will ich gar nicht. Ist super. Ist super. Pierre Emmerich. Ab auf den Markt. Oh ja. Dann haben wir bald wieder eine Million Coins. Geil, Alter. Rein in die Upgrade Packs unter der Woche.